Du könntest meine Tochter sein. Du bist jung, du bist schön. Dein ganzes Leben liegt vor dir. Du solltest es genießen. Gott im Himmel. Was für eine Erschwahl. Mit der Ruhe, Schau. Das kennen Sie lieber auf den ersten Blick. Schon mal erlebt? Nein. Wo sind Sie reingekommen? Keine Ahnung. Gefällt mir. Nein, ich mag Leute ohne Ahnung, denn heute weiß jeder alles. Mit Google, Wikipedia. Du musst dich nur ein wenig entspannen. Ich bin nicht wie mein Vater. Ich fahr nicht mit der Tür ins Haus. Nicht witzig. Nein, ist es nicht. Darf ich Ihnen etwas zeigen? Ja. Ich bin Atheist. Das muss einfach ein Wunder sein. Zwei. Ist alles okay? Wir sind nicht allein. Sind Sie ein bisschen verrückt? Nein, das... Es mag dich überraschen, aber sie wirkte noch nie so erfüllt. Hey, los! Schlagen Sie, schlagen Sie fest dazu! Ja! Du warst eine Prinzessin. Jetzt bist du Königin. Königin der Herzen. Das muss berauschend sein. Und den tenure, schlagen Sie. Oh, nee. ch